In Sicherheit zu leben ist das Wertvollste überhaupt. Doch unsere Sicherheit ist nicht selbstverständlich. Sie muss tagtäglich erarbeitet werden. Sie müssen sicher sein, was die Welt betrunken wird, um gleichzeitig in Bewegung zu bleiben. Sicher sein heisst, auf die Gefahren vorbereitet zu sein. Sie können nicht Angst haben, die Realität zu sehen. Wir leben sicher, dass wir die neue Technologien verstehen. Und das Wissen, das clevere Käpf für unsere Sicherheit sorgend. Und das VBS lebt für die Sicherheit der Schweiz. EINSTAGRAM Fäden 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 Fäden